So, hallo, wir machen weiter. Das wird nix, das schaffen wir nicht. Nein, nein. Ja, das war schlecht. Okay. Also dann Reihenfolge erst hier unten aufmachen. Dann hier aufmachen. Hier hochsprengen und raus. Und da ist jetzt mein Kartentyp. Jetzt sind wir wieder richtig. Lupo hieße er, okay. Unerschütterlicher Entdecker. Hast du hier viele Farben an einem Ort gesehen? Unglaublich, nicht wahr? Ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Ich hole mir alle meine Tinte. Hier hole ich mir alle meine Tinte. Die Korallen geben fantastische Rottöne her. Ja, gib mir die Karte. Ei, ei, ei. Okay. 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 Da wollen wir hin. Gut, dann sind wir doch auf dem besten Weg, ne? Also questtechnisch sind wir noch richtig. Sehr schön. Ohne das Wasser, das aus diesem Becken fließt, wird das Land eingehen. Und diese Mühle, die du wieder in Gang gebracht hast, wird erneut stillstehen. Ja. Okay, jetzt kann ich hier auch den Weg aufmachen. Das ging ja vorher nur von einer Seite. Gut. Dann lass mich gleich mal gucken, ob wir schon irgendwas Wichtiges verpasst. Aha. Da gehen wir doch gleich mal schnell zurück. Wenn hier unten noch ein Geheimgang ist. Oh ja, okay. Kein Geheimgang. Ich bin einfach nicht... Oh no! Ja, okay. Warte, wo ist das Ding gewesen, was mir hier... Hey, wo ist das Teil, was schießt? Hier war... Ich weiß, dass... Ich hab hier oben was aufgemacht. Da war ein Teil, was schießt. Aber wo war das? Äh. Ach, unten war es. Unten war es. Ja, wo ich jetzt eh runter... Ja, ja, hier genau. Und dann... Dann hab ich hier rüber den Weg nicht gemacht. Jetzt versteh ich's. Okay. Was haben wir diesmal bekommen? Ultra-Stoßangriff. Du hast einen neuen... Stoßangriffe verursachen Schaden. Okay. Das klingt ja erstmal gar nicht so verkehrt. Gibt's irgendwas, was ich ablegen würde? Bonusschaden. Belastbarkeit ist auf jeden Fall... Müssen wir nutzen. Ultra-Wurf-Haken. Dreifach-Sprung. Muss ich auch behalten. Muss ich auch behalten. Gegner besitzen 70% mehr Gesundheit und verursachen 70% mehr Schaden. Lassen aber die doppelte Menge geistert. Wait, what? Ich hab mir das schwerer gemacht. Bin ich bescheuert? Und Feinde lassen vier zusätzliche Energie. Okay, das haben wir drin. Ja, aber dann könnte ich ja theoretisch... Wo ist er denn? Hey, wo ist denn mein Ultra? Ach, hier. Stoßangriff verursacht Schaden. Ja, dann nehmen wir den doch mal rein. Okay, ich krieg das... Ah doch, das krieg ich auch auf. Moment. Das kriegen wir auch auf. Haben wir gleich. Nice. So. Aber hier waren wir schon richtig. Halt, stopp. Oh, aber hier hoch könnte man noch gehen. Da waren wir noch nicht. Hier und hier könnte noch was sein. Dann gehen wir doch gleich mal schnell wieder hin. Wenn wir eh schon hier sind, gehen wir doch gleich mal schnell wieder hin. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Alter, dann habe ich mir das selber schwer gemacht. Die Gegner waren stärker, weil ich diesen Dings drin hatte. Das war ja komplett bescheuert. Okay. Ja, never mind. Moment. So, wo war jetzt was? Hier? Nee. Über... Eins drüber. Ich habe mir einfach den Kampf selber schwer gemacht. Das ist doch unfassbar. Okay. Oh, die Frage ist, komme ich da schon an dagegen? Also kann ich da überhaupt schon rein? Es wirkt jetzt nicht so. Okay, ich glaube, ich komme da noch nicht rein. Okay, dann geht das noch nicht, aber da drüben könnte es trotzdem weitergehen. Okay, wie hoch ist das, wo ich hin muss? Ah, da komme ich locker ran. Sehr schön. Ah, ich muss, ich muss, ich muss wieder wedeln. Äh, so. Ah, Mist. Okay, das muss auch noch gut gezielt sein. Hilfe. Ja, ja, nein. Frech. Frech, frech, frech. Ah. Yes. Perfekt. Sehr schön. Noch ein Gorlikerz. Sonst ist, glaube ich, nichts, oder? Nee, sieht gut aus. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich muss aufpassen. Sehr schön. Heilen. So. Und da unten ist auch noch was. Okay. Ah, das war das, wo ich nicht durchgekommen... Okay, wieso bin ich jetzt durchgekommen plötzlich? Hä, wieso bin ich jetzt durchgekommen und jetzt nicht mehr? Hä? Wieso schaffe ich es einmal und einmal nicht? Okay, aber dann ist es nicht so dramatisch wichtig, was da unten ist. Gut. Dann können wir jetzt wieder zurückkehren. Und zurückkehren können wir zum Glück über unsere Teleport-Möglichkeit. Sehr angenehm. Gut. Und jetzt ist der große Vor... Halt, erst heilen. Und jetzt ist natürlich der große Vorteil, dass wir hier unten langschwimmen können und so schneller zurückkommen. Yes. Wait. Wieso sind die jetzt wieder da? Das ist jetzt aber nicht so gut. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Ah, okay, 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 okay. So komme ich hier wieder raus. Okay, so, jetzt muss ich den da unten wiederholen, den Kollegen. Und muss mit dem Vieh ich jetzt hier kaputt machen. Und dann hier wieder Luft schnappen. Und dann freuen, dass wir es aufgemacht haben. Und dann wieder Luft schnappen. Okay, puh. Oh, wir haben Quwlock gefunden. Ich muss zu dem... Ich muss zu dem Toki-Dingsviech zurück. So lange sind wir dir durchs Herzbehoffnung gegeben. Die Kraft des Walzes nahe. Und noch etwas anderes. Ein vertrauter Gestank. Harung. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden wieder sprechen, wenn wir da jetzt das Irrlicht gefunden haben. Okay, ciao. Aber reicht es jetzt schon, um mit dem einen Viech zu reden, dass wir Quwlock gefunden haben? Oha! Mysteriöser Samen. Neuen Questgegenstand gefunden. Er leuchtet schwach. Vielleicht gibt es hier noch eine... Okay, oh verdammt. Wüsste ich jetzt schon wieder wem... Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich wissen müsste, was ich mit dem Samen anfangen soll. Weil aktuell weiß ich es nicht. Sagt mir meine Quest hier irgendwas. Dass ich mit dem Samen irgendwas weiß. Ich meine, doch kann ich ja erstmal hier weiterschwimmen. So. Spricht ja nichts dagegen, hier hinzukommen. Ne? Dann schwimmen wir jetzt nochmal hier durch. Vielleicht geht es ja. Wir werden sehen. Vielleicht habe ich jetzt aber auch das Problem, dass das Wasser nicht reicht... Dass meine Luft nicht reicht. Dass ich erst irgendwo mehr Luftdings bekommen muss. Oh nein! Okay, ich muss schnell... Okay. Ich komme noch nicht weiter. Ich muss... Hier muss ich durchkommen. Das geht nur, wenn ich schneller schwimmen kann. Die Frage... Okay, lass mich was ausprobieren. Dann kannst du mal schießen, Kollege. Danke. Ah ne, das... Ne, das funktioniert nicht. Ne, das... Doch, das funktioniert. Doch, das funktioniert. Da unten ist so eine Pflanze zum Schießen. Und ich glaube, wenn ich mit der Pflanze... Wenn ich die Pflanze nutze... Ich glaube, dann kann ich mich da durchschießen oder so. Ah ne, die schießen gar nicht. Ach, scheiße. Oha, ich kann mich zwischen die Dinger... Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt da schon hin darf, soll, müsste, könnte. Als ob ich einfach zu unfähig bin. Ne, aber auch von der Luft her funktioniert es nicht. Ne, ich glaube, ich darf hier noch nicht hin. Mist, aber dann ist die Frage, wo gehe ich mit dem Samen jetzt hin? Scheiße. Ah, verdammt. Wo könnte ich jetzt... Na gut, dann quatschen wir jetzt mal mit dem Kollegen hier. Na, der wollte ja sowieso, dass wir... Zu ihm kommen, wenn wir was über Quolo erfahren haben. Dann quatsch jetzt mal mit dem Kollegen. Vielleicht hilft es dir ja was. Als wäre Angel nicht schön genug, wenn ich nur die Moki die Stellung streitig mache. Das Ganze, was in meinem kleinen Teich versiegt. Du hast nicht gewusst, wie das war, oder? Achso, daher, das war ich. Okay, aber der, der quatscht nur, na? Moment, was gedeihen hat seine Angelstelle? Ich meine, da oben ist ja der Angeltyp. Hilft der ihm jetzt irgendwie? Ich habe gar nichts in der Richtung, Freund. Nein, wir haben... Ich habe gerade schon mit dir gesprochen. Naja, also hier kommen wir noch nicht weiter. Aber der andere Toki war ja auch der da drüben. Ach komm. Ach komm, lass mich doch einfach durch. Oh. Genau, er hier war das. Diese Wasserpfanne sind wir rundherum. Ich wusste, du würdest Quolo finden. Und er ging in den Westen. Schade, dass ich nicht schwimmen kann. Könntest du ihm das geben, wenn du ihn wieder siehst? Okay, ich habe ein Amulett für Quoloch. Okay. Hat mir jetzt aber auch nicht so viel gebracht, to be honest. Haben wir noch irgendwelche Markierungen, die mir jetzt was helfen? Also hier kann ich mir nicht... Also hier dürfte nichts mehr sein. Das ist abgeschlossen für mich, das Gebiet. Sonst müssen wir halt jetzt mal hier in dem Wald mal wieder mit allen quatschen und gucken, ob wir da irgendwas rauskriegen. Das war ja so dieses Toki-Dorf, na? Vielleicht kommen wir da ja weiter. Grom, was? Du warst der Typ, wo ich die... Diese Erze, diese Dinge abgebe, na? Ich habe das von deiner Freundin gehört. Es tut mir leid. Dieser Tage fallen so viele Dinge in sich zusammen. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen. Sie ist nicht tot! Sie ist nicht... Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Genau das. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen, wenn das zerborstete Licht wieder eins ist. Das war auch das, was Dings vorhin meinte. Dieser Geist, der uns begleitet, na? Okay. Wir Gorlec haben vor langer Zeit einen Splitter dieses Lichts in meine alten Heimat im fernen Osten verborgen. Unsere Türme ragen weit über die Hügel hinaus, bevor der Wind und der Sand in sich zusammenfällt. Und der Sand sie in sich zusammenfallen ließ. Ups. Sieh dich vor, wenn du dorthin gehst. Es ist ein unwirklicher Ort. Ah, jetzt habe ich noch mehr Quest-Dinger. Aber ich wollte ja eigentlich... Ja, genau. Bei denen ging es darum, das Bauen. Wie viel brauchst du denn aktuell? Projekte anzeigen. Guck mal hier. Das können wir machen. Dächer über den Köpfen zum Beispiel. Oder räume den Höhleneingang. Der Eingang zur alten Höhle sieht aus, als würde er bald zusammenbrechen. Aber wir Gorlec haben bei unserer Flucht in die Minen das ein oder andere über den Tunnelbau gelernt. Mit ein wenig Erz kann ich ihn reparieren. Okay, machen wir erst mal das. Wo ist denn das jetzt? Ja, wo ist denn das jetzt? Hallo? Oh, hier direkt bei ihm. Moki? Ah, ich sage immer Toki, aber Moki heißen die. Ups. Die Schimmelwaldtiefen seien finster. Finster wie die Nacht. Ich habe Angst vor Spörenden. Okay, das interessiert mich nicht. Danke. Ja, hier unten ist es jetzt offen. Oh, das ist ein richtiges Gebiet. Okay. Okay. Okay, was geht denn jetzt hier ab? Ah, okay. Ich habe hier keine extra Karte. Okay. Oha, was geht denn jetzt hier ab? Kann es sein, dass ich da noch nicht rein kann, weil ich noch kein Licht oder so habe? Hä? Woran ste... Das ist irgendwie... Wenn der Schatten sich zusammenzieht, sterbe ich einfach. Ich fürchte, ich komme hier noch nicht voran. Ich glaube, ich kann hier noch nichts machen. Ja, schade. Okay, da kann ich scheinbar noch nichts machen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Kannst du mir was dazu erzählen? Grum ist gekommen, hat es für mich aufgemacht, aber es war kein kleines Loch. Es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen. Die Dunkelheit tut weh. Ja, das habe ich festgestellt. Ja, danke. Ah, hier ist auch wieder so ein Knochenmist. Okay. Okay, dann hat mich das jetzt leider nicht weitergebracht. Ha. Jetzt muss ich aber mal wieder mit den ganzen Viechern hier quatschen, weil ich einfach nicht weiß, wo ich was hätte machen können vielleicht. Weil vielleicht habe ich ja hier irgendwas, was ich abgeben kann an Quests. So gerade... Ich habe keine Ahnung. Also hier sind überall solche Dinger. Wait, und hier oben muss ich auch lang. War da nicht das mit den kalten Orten oder so? Da können wir auch nochmal hochgehen gleich. Oh, und du hilfst mir abzugraden, richtig? Was ich noch kaufen könnte, wäre Überladung. Senke Energiekosten um 50 und in der Höhe erlittenen Schaden. Nein, das brauchen wir nicht. Also irgendwann schon, aber nicht jetzt. Tausche maximale Gesundheit gegen Energie. Das brauchen wir auch nicht. Okay, mal gucken, ob wir noch was verbessern können. Spaltung kann ich verbessern, nutze ich aber nicht. Rücksichtslosigkeit kann ich verbessern, nutze ich aber nicht. Erhalte eine zusätzliche Energiezelle. Kann ich verbessern, nutze ich aber nicht. Dann würde ich es erstmal lassen und weiter sammeln, weil... Ne, aktuell brauchen wir jetzt nichts davon. So, was bist du? Lichtung ist wunderschön. Licht so grell, nicht wie im dunklen Moor. Wenn ich so einen Hut wie diesen Lustigen da drüben hätte. Der will den Hut. Werde ich mir auch nie merken, aber ist okay. War hier noch jemand? Ne, ne? Ah, das war das Feuer, was mir wehtut. Ich glaube, da bin ich auch schon jedes Mal rangekommen. Okay, das hat mir nix gebracht. Wer bist du? Ich habe gesehen, was Shriek deiner Freundin angetan hat, Ori. Es tut mir aufrichtig leid. Haben wir schon jemals den Namen gehört? Jetzt weiß ich jedenfalls, dass das Viech Shriek heißt. Ich glaube, Kuh hat sie an irgendwas erinnert. An etwas, das sie... Ach, Kuh. Wie habe ich ihn genannt? Wie habe ich sie genannt? Ich habe sie nicht Kuh genannt. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Egal. Kuro. Ach so, oder ist Kuh einfach der Kurzname? Egal. An etwas, das sie hasst. Sie war auch einmal klein, verletzlich. Daran möchte sie sich nicht erinnern, Ori. Aber etwas hat sie nicht gesehen. Kuh ist stark. Ich weiß es. Ich habe zugesehen. Oh mein Gott, was? Rein da. Hä? Ach, das ist was an... Lol. Okay, das war der Statusbericht bei ihm. Okay, das war die Geschichte. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt hier Aufzeichnungen, wie sie gekämpft hat. Ich bin halt lost. Lasst mich. Okay, hier ist nix. Okay, wie komme ich da hoch? Komm ich da überhaupt hoch? Jetzt mal ernsthaft, komme ich da hoch oder noch nicht? Ich meine, hier komme ich rein, so. Aber darüber komme ich nicht, ne? Oh lol, das habe ich mir einfach mal holen können. Chillig. Da kam ich wahrscheinlich bisher noch nicht ran, wegen Dreisprung. Okay. Ah, was hast du mir jetzt so mitzuteilen? Du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Ja. Es befindet sich tief in Hauls Bau. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Okay, das kann ich noch nicht. Ah, da oben ist was Cooles. Wait, aber da komme ich doch jetzt easy ran. Lol. Lol, das habe ich mir auch noch nicht geholt. Oh mein Gott. Ja, rein da. Oh mein Gott, ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann waren wir hier auch noch nicht. Ach so. So hätte man das auch bekommen können. Ja gut. Ja, aber sehr schön. Jetzt haben wir das Ding auch mal mitgenommen. Da habe ich mich ja immer, glaube ich, von der einen Seite gefragt, wie man rankommt, ne? Dann war ich da einfach damals noch nicht, seit ich die blaue, Fähigkeit bekommen habe, jetzt die Dinger zu nutzen. Okay, okay, okay. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Das haben wir. Und dann sind wir wieder hier vorne. Okay. Dann gehen wir jetzt noch mal hier hoch. Gucken, ob ich hier noch irgendwas verpasst habe bisher. Wo ich jetzt praktisch hin kann, was ich bisher noch nicht konnte. Okay, konnte ich schon immer hier hoch? Ich schätze mal ja, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ja, hier war ich schon. Schade. Okay, hier ist auch kein, kein Dings, mit dem ich reden kann. Okay. Gut, dann ist hier gar nichts mehr. Ach, Tok ist hier auch. Das hat man schon. Ja, okay, das war jetzt keine spannende Info. Da unten war auch ein Dings zum... Oh, hier ist was. Die stille Karte. Okay, mal gucken, was da ist. Oh, war ich hier jemals drin, weil ich noch... Konnte ich damals schon schwimmen? Ei, okay, doch. Ich habe mir hier irgendwas geholt. Aber was ist mit dir? Wer bist du? Das Wasser ist sauber. Es gibt Höhlen zu erkunden. Ich kann nicht hochspringen, aber ich bin sehr begeistert. Okay, du hast auch keine... Keine Wünsche an mich. So, aber hier drüben war eine Quest markiert. Bringt mir die Quest irgendwas. Okay, ich kann hier irgendwas betreten. Du bist aus dem stillen Walzrück. Und was gibt es da draußen? Schlammige Teekum, explosive Fauna, du liebe Güte, wie wunderbar. Die Karte nimmt Gestalt an, aber einige Pfaden sind immer noch leer. Kommt wieder, wenn du alles... Ah, okay, er will... Oh, was hat er denn jetzt noch für mich? Oh. Ach, das war die Geschichte. Ja, ich verstehe. Also bei ihm kann ich... Ja, bei ihm kann ich die... Die Sachen für die Karten kaufen. Okay. Ist hier noch irgendwas? Oh ja, hier kann ich Dinger mitnehmen. Cool. Hier ist ein Topf, aber das war's dann auch. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Okay, jetzt weiß ich, warum hier die stille Karte ausgelöst ist, weil das kann ich... Ach, das steht ja auch dort, ne? Lupo sieht sich danach den stillen Wald an. Ziel erkunde den stillen Wald. Weiter und bringe alles von Interesse zu Lupo. Okay, stillen Wald muss ich weiter gucken. Ist der stille Wald, ist alles, oder? Ja, stiller Wald ist einfach... Ne, stiller Wald ist nicht alles, oder? Stimmt, Bluma... Okay. Ach so, wenn ich stiller Wald vollständig habe, dann ist er schon zufrieden. Ach, das ist nur der Teil hier. Das ist stiller Wald. Hier ist Gerücht. Wenn man groben Glauben schenken mag, liegt die Heimat seiner Urahnen hinter den gefährlichen... Oh, hier komme ich vielleicht jetzt auch weiter. Und hier habe ich noch nicht alles erkundet, scheinbar. Die Baumwächterin. Die Baumwächterin gab Ori einen Zweig eines sterbenden Baums in der Hoffnung, dass vielleicht jemand ein Heilmittel kennt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht klären können. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Schimmelfest. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Findet die Augen des Waldes. Der Wille der Oerlichter. Ziel. Die Oerlichter... Drei Oerlichter sind doch verschwunden. Okay. Ich glaube, das ist mein aktuelles Hauptziel, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ach, guck mal. Hier oben ist dieses... äh... wützige Dingens. Um frostige Moki aufzuwärmen. Genau, genau. Aber wo sind die frostigen Moki? Oh, hier haben wir auch irgendwas erreicht. Okay, da müssen wir auch gleich mal noch hingucken. Vielleicht können wir da auch was machen. Ai, 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 ai. So, mit dem Tucki habe ich, glaube ich, noch nicht gesprochen. Hä, hier oben ist auch was? Nee. Achso, das ist Wiederaufbau, wenn ich hier... wenn ich hier das wahrscheinlich bei ihm mache. Okay. Aber ich glaube, hier mit den dreien habe ich jetzt noch nicht gesprochen. Und hier mit dem auch noch nicht. Das müssen wir gleich nochmal machen. Dass ich... dass ich mich wieder auskenne. Und hier ist auch noch einer, mit dem wir sprechen müssen. Oje. Weil ich muss... ich muss wieder in Erfahrung bringen, was die jeweils brauchen, was die suchen und so weiter. Dass wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwann einen Faden habe, dann weiß ich, ich muss es dem Angeltyp gehen. Sonst kann ich mir das ja alles nicht merken. Oh, Ufa, wer wärst du denn? Es war mir wie immer ein Vergnügen. Äh, ja, mir wahrscheinlich auch. Hä, bei ihm kann ich auch verbessern? Bin ich jetzt lost? Oh, lol. Oh, lol. Oh, mein Gott, Leute. Oh, mein Gott. Das musste man kaufen. Das hätte ich einfach längst haben können. Das ist, was ich meine. Das weiß ich doch wieder alles noch nicht mehr. Muss ich aber ausrüsten jetzt, ne? Wo ist denn das Atmen unter Wasser? Äh... Ne, das habe ich automatisch jetzt, oder? Ich glaube, die Fähigkeit habe ich einfach. Kann ich jetzt immer unter Wasser atmen? Kann ich jetzt einfach immer unter Wasser atmen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, die Freiheit einfach. Die Freiheit. Okay, dann muss ich mir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Oh, das war so wichtig, dass wir hierher gekommen sind. Oh, das war so wichtig. Ich hätte... Ich hätte mir... Ich habe komplett vergessen, dass ich hier Fähigkeiten kaufen kann. Holy Moly. So, was bist du? Dieser Zweig, du musst ihn hier wegbringen. Oh, ist das der Zweig, um den es geht, mit dem... Der, 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 der Tod ist. Er ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehörte, ist jenseits aller Hoffnung. Und er verbreitet sich schnell. Einmal habe ich die Hälfte meines Bummelbeets niedergebrannt, um den brechenden Stein... kriechenden Stein abzutöten. Nimm ihn, bevor auch das neue Leben hier verdorben wird. Oh, jetzt muss ich das der Baumwächterin sagen. Okay, ich verstehe. Okay. Dann wissen wir schon mal, dass das hier auch weitergeht. Ähm. Wie komme ich da hoch? Ah, von der Seite. Ich war dringend hier einmal, wenn ich zu den Luma-Sinn gereist ist. Es ist sehr schön dort. Ja. Ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Ja. Ja. Ach so, okay. Na, da war ich schon. Beziehungsweise bin ich gerade unterwegs. So, da oben ist der Nächste. Oh, shit. Okay, wie komme ich zu dem Typ da hoch? Ähm. Okay, von hier. Habe ich jemals mit dem gesprochen, wenn es so schwer ist, dahin zu kommen? Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Chrom, die Lichtung zu verschönern. Wir sind klein und spielen lieber. Ja, okay. Du hast mir auch nichts weiter zu erzählen. Und da oben war ich gerade schon, ne? Ja. Ich glaube, hier war ich schon. Oder? Oder? Wartet mal. Habe ich mit dem schon mal gesprochen? Halt, niemand darf am großen Ausgucker vorbei. Das bin ich. Ich halte Ausschau nach Schrieg der Jägerin. Sie will die Moki fressen und unsere Moormuschelsuppe. Sie ist köstlich. Du darfst passieren, Geist. Die Suppe habe ich hier bekommen, na? Du hast Glück. Für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Chrom. Aber die Suppe ist so... ist es wert. So warm und cremig. Ja, die habe ich hier bekommen, die Suppe. Eine deftige Suppe ist genau das Richtige, um dich von deinen Sorgen zu befreien. Das hat mich vor langer Zeit eine kleine Moki gelernt. Sie hat mir das Kochen und Angeln beigebracht. Sie hat mir viel geholfen nach dem Schrieg nun, nachdem ich ganz alleine war. Ich denke, es wird es sie stolz machen, zu sehen, wie beliebt meine Suppe unter den Moki der Waldsenke ist. Oh. Aber hier wird es jetzt eisig. Hier kann ich noch nicht längs, ne? Wait. Kann ich hier jetzt entlang, weil ich die Suppe habe und ich wusste es bisher nicht? Hätte ich schon die ganze Zeit hier hingekonnt, war das Ziel, einfach nur die Suppe zu bekommen und dadurch komme ich jetzt hier weiter? Ich kann ins Eisgebiet. Ich kann ins Eisgebiet. Wollt ihr mich verarschen? Oh, falsche, falsche Dings. Ich kann einfach ins Eisgebiet. Ja, okay, das geht noch nicht kaputt. Aber hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Oha! Oder komme ich hier noch nicht weiter aus anderen Gründen? Oh, ich komme hier noch nicht hoch, oder? Ich glaube, ich kann nur so weit. Ich komme hier noch nicht weiter. Aber ins Gebiet kann ich an sich schon. Okay. Na, aber hier komme ich noch nicht. Oder? Wait. Okay, wait a moment. Ich glaube, ich komme da hoch. Moment. zack. Yes. Die muss ich mitnehmen. Nice. Nice. Aua. Da unten ist einer. Den habe ich ausgelassen. Scheiße. Ah, nee. Habe ich nicht ausgelassen. Habe ich noch nicht gesehen. Ah. Ah. Nicht gut. Kann ich mich irgendwo heilen zwischendurch? So einfach nochmal zurückkehren. Yes. Okay. Okay. Oh, hier. Okay. Hätte ich mich auch halten können. Okay. Das ist schon der vierte. Wie viel gibt es denn hier? Hier geht es nicht runter. Hier ist wieder so ein Ziel. Und hier ist die Tür. Okay. Wie viel brauche ich? Wie viel habe ich? Das waren einfach alle. Stabil. Okay, wir gehen ganz kurz mal hier hoch. Hier geht es scheinbar weiter. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Weil hier ist nämlich... Genau. Und hier gibt es jetzt eine Geisterprüfung. Okay. Ja, okay. Wir probieren wir es aus, ne? Ich muss die alle holen. Und dann hierher zurück. Okay. Okay. Den da oben holen wir uns einfach zum Schluss. So, den hier unten jetzt noch. Scheiße. Okay, also ich darf nicht zu oft... Zu oft... Zu öfter bouncen. Okay, let's go. Warte, dann fangen wir mal mit dem hier an. Oh, das war die falsche Richtung. Das war die falsche Richtung. Oh, Bruder. Hier ist der gewesen. Na ja, okay. Hier ist der. Ja, der macht nämlich... Der macht nämlich böse... Böse Auer. Bisschen kritisch. Ach. Nein. So, jetzt muss ich nur noch den am Anfang... Ah, scheiße. Okay. Puh. Ah, vielleicht ist es so rum besser. Ja. Ach. Mann. Ja, jetzt nur noch den am Anfang. Okay. Scheiße. Ah, das gibt's doch nicht. Aber ist vielleicht doch nicht so verkehrt, den gleich zu holen. To be honest. Nein. Scheiße. Scheiße. Hä? Hä? Habe ich den Schlüssel ausgelassen? Welchen Schlüssel habe ich denn ausgelassen? Hä? 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 Welchen Schlüssel habe ich ausgelassen? Okay, ich muss mir nochmal das Video angucken. Den habe ich. Den hatte ich. Den hatte ich. Den hatte ich. Und jetzt? Hä? Die hatte ich doch alle. Bin ich jetzt... Hä? Hä? Mann. Ach, scheiße. Hä? Aber ich hatte doch alle Schlüssel. Verstehe ich nicht. Häng dich halt nicht daran. Mann. So, jetzt habe ich doch wieder alle, oder nicht? Nett ranhängen. Ach, ich muss die noch einsetzen. Oh mein Gott. Okay, verstanden. Okay, wir probieren es nochmal. Ah, das wir die einsetzen muss, ist natürlich... Äh. Scheiße. Ja, der, 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 der ist... Der, der am Ende ist nochmal kritisch. Okay, let's go. Dann bleibe ich aber dabei, dass ich mit denen jetzt zum Schluss hole. Ich glaube, das ist deutlich angenehmer. So. Jetzt muss ich nur noch einmal hier hoch. Toll. Ach, komm. Ach, komm. Na, jetzt habe ich den nicht mitgenommen. Ach, scheiße. Nein, Mann. Ah, jetzt bin ich schon wieder. Am Limit meiner Energie. Ein Treffer, das war's. Ach, genau an der Ecke. Ach, scheiße. Hä, Mann. Ach, scheiße. Okay. Scheiße. Ich muss nur noch zurückkommen. Ich drücke immer die falsche Taste zum Einsetzen. Ey, das ist doch kacke. Ich drücke immer die falsche Taste zum Einsetzen. Mann. Perfekt. Ja, perfekt. So machen wir das. Genauso machen wir das. Alter. Ah, komm mal. Wunderbar. Okay, ich muss noch zurück. Scheiße. Oh, das wäre gut gewesen. Das wäre gut geworden. Das wäre jetzt echt mal gut geworden. Das war wieder richtig kacke. Ja. Mann! Nein! Nein! Ach komm, ey, irgendein Fehler ist immer der Neues. Clean. Clean, absolut clean bisher. Absolut clean bisher. Nice. Huuuuh. Ach, das tut man nicht alles für tausend. Äh, ne? Holy moly. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. An der Stelle soll es das gewesen sein. Ich will die Parts eigentlich nicht so lang machen bei Ori. Und ich denke, wir sind jetzt wieder reingekommen. Und tschüss. Nichts. Amen.